Auf Instagram fliegen die Fetzen. Kalanta und Jeremy Pascal Wollny liefern sich seit Wochen einen erbitterten Schlagabtausch. Jetzt meldet sich Familienoberhaupt Sylvia Wollny mit zu Wort und sorgt mit ihrem Statement für Aufsehen. Zwischen den Geschwistern Kalanta und Jeremy Pascal Wollny fließt nur noch böses Blut. Kalanta erhob schwere Vorwürfe gegen Jeremy Pascal. Der schoss daraufhin knallhart zurück. Angeblich habe Kalanta psychische Probleme, die Wohnung der Mutter ihres Freundes absichtlich geflutet und lebe mit ihrem Partner auf der Straße. Punkt. Zudem bettelt sie regelmäßig ihre Follower um Geld an. Auf Instagram wetterte Jeremy Pascal, es gibt Menschen, die scheuen vor nichts zurück. Das werdet ihr noch sehen, wo ihre Hemmschwelle ist. Punkt. Die Fronten sind verhärtet und bisher stand ihre Mutter Sylvia Klar auf der Seite von Jeremy Pascal. Doch nun äußert sich die elffache Mutter erstmals ausführlich zu dem Familienstreit. Sylvia Wollny spricht Klartext, kein Skandal wird mich je verbiegen. In einem emotionalen Instagram-Post bezieht Sylvia Stellung, ich gehe meinen Weg, der Kompass bin ich. Eure Sensationsgär ist so unglaublich traurig, doch ich bleibe standhaft, das verspreche ich euch. Denn ich tue, was richtig ist. Egal, ob es euch passt oder nicht. Deutliche Worte, mit denen Sylvia sowohl die Öffentlichkeit als auch die eigene Familie anspricht. Außerdem betont sie, die Unwahrheiten prallen an mir ab, kein Skandal wird mich je verbiegen. Ich werde immer kämpfen. Die Öffentlichkeit sieht nur, was ihr ihnen zeigt, doch die Wahrheit liegt verborgen, unter all dem Streit. Die Welt will ein Spektakel, Drama um jeden Preis. Überraschende Reaktion von Kalanta Wollny, besonders brisant, ausgerechnet Kalanta, die sich in der Vergangenheit öffentlich von ihrer Familie distanziert hat, hat den Post ihrer Mutter geliked. Punkt Ein Zeichen der Versöhnung? Ob es hinter den Kulissen ein klärendes Gespräch zwischen Mutter und Tochter gab, bleibt unklar. Sicher ist jedoch, dass Sylvia den Streit beenden und weiterhin für das Wohl ihrer Familie kämpfen möchte.